Herzlich willkommen zu dem Wadin-Tutorial Backend meets Frontend. In diesem Tutorial wird basierend auf der Wadin Version 8 schrittweise eine Anbindung realisiert. Zu jedem Screencast dieses Tutorials gibt es ein korrespondierendes Git-Repository, das sich auf GitHub befindet. Die URL des jeweiligen Repositorys wird zum Ende eingeblendet und steht unter der Apache-Lizenz für eigene Experimente zur Verfügung. Bei Fragen und Anregungen kann ich erreicht werden unter Twitter at Sven Ruppert oder E-Mail sven at badin.com.